Nein, 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 mit Schokolade. Heiß. Hallo bei den Spielzeugtestern. Heute machen wir die Schoko-Fordütsch. Ja, wir haben kein Schoko-Brunnen, wir haben wirklich ein kleines Schoko-Fondue. Wir hoffen, dass die Schokolade hier mit dem kleinen Teelicht weich bleibt. Ja, und ich glaube, ich habe mehr Sachen, die wir schmecken. Nee, Papa hat für uns, achso, das kann natürlich sein, Papa hat für uns zehn Zutaten rausgesucht, die wir jetzt hier reintunken müssen und essen müssen. Oder zumindest probieren. Und dann sagen wir euch, ist es... Lecker oder nicht lecker? Genau. So, wir fangen jetzt an mit saurer Gurke. Ja. Begeisterungsbänder. Gewürzgurke. Und auch noch so große Stücke. Ich will das kleinste. Die sind alle gleich riesig. Nee, das ist das kleinste Gurke. Das da, meinst du? Guck mal, die kleinste. Also, so Gewürzgurke mag ich ja, ne? Ja, du musst schon richtig reintunken. Ich habe irgendwie ein Haar. Oh! Ja. Geht ja gut los. Ist es heiß? Es ist warm. Es brennt im Hals. Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass es so schlecht ist. Bei mir ist es so ein Mittel. Jetzt als Alternative. Oh, ich sehe schon. Was ganz Süßes. Yumm. Das ist unsere Challenge, ne? Und diesmal versuch mal, dass es da abtropft, bitte. Genau. Erdbeeren. Hanna, hast du im Mund gestrickt? Ich tauche richtig ein. Oh, es dampft sogar ein bisschen, ne? Oh, Mama. Gott sei Dank habe ich Teller hinstellen lassen. Wie schmeckt es? Nicht so lecker? Ding, 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 ding. Okay, dann in die Mitte. Genau. Ich freue mich schon gleich, wenn die Kamera aus ist. Da können wir nämlich die Reste essen. Nicht dein Ernst. Chips. Ich habe da jetzt keinen Teller für gehabt, leider. Langsam, langsam. Hanna. Sie wartet nicht mal. Ja, wenn du bis ganz nach unten tunkst, ist es wahrscheinlich heiß. Schmeckt das salzige noch gar nicht. Also heißt das mit Fondue schmeckt alles gut. Also bis jetzt war keins wirklich gruselig. Ja, aber... Also die Gurken sind so... Nee, echt jetzt? Oh, gut siehst du aus. Du gibst dir richtig viel Mühe, sauber zu bleiben während des Videos. Das finde ich gut. Einmal Cut, ne? Warte, du musst noch mal draufspucken, damit du das sauber wegkriegst. Nee, 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 nee. So, eigentlich wollte ich jetzt was anderes, aber ich habe aber keine gehabt. Es sind keine Fischstäbchen. Es sind Gemüsestäbchen. Es sind Gemüsestäbchen. Haben keine Fischstäbchen mehr gehabt, leider. Wollen wir eins teilen? Ja. Mitte durchbrechen. Oh, okay, ja, wir sind hier bei feinen Leuten, ne? Toll. Dann mach ich es auch mit der Hand. Heiß. Ist doch richtig lecker. Nee, die sind gar nicht richtig lecker. Was sagst du? Daumen runter. Also Mitte, ne? Gurke. Noch mal Gurke. Diesmal Salatgurke. Hanna schmeckt es anscheinend. Die hat schon das zweite. Ist auch so ein Mittelding bei mir. Wieder deine Seite. Oh, lecker. Ich nehme gleich zwei. Also das schmeckt mal gut, ne? Mhm. Hase. Nicht so schnell. Nee, kannst du mir den Gefallen tun und wirklich versuchen, langsam hier rüber zu gehen, weil der nächste Schwung landet hier. Überall da, wo die Schokolade drauf ist, das müsst ihr dann aufessen. Das ist Karotte. Ich nehme als ich das Karotte. Dann nehme ich auch das Möhrchen. Warte, lass uns anstoßen. Stößchen. Warte, Stößchen. Nee. So mittelmäßig, weil die Karotte halt süß ist und dadurch wird es jetzt noch süßer. Das schmeckt mir nicht. So. Oh nee, Paprika. Ein bisschen mehr schon. Nee. Nee. Nein, 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 nein. Ja. Das schmeckt echt nicht. So. Mini-Pizzis. Und einen für Mama. Die vegetarische Variante. Bei dir ist Käse und Salami drauf. Oh Gott, ich trau mich gar nicht. Und du? Nur Käse. Nur Käse. Anna, lass bei dir drauf gehen. Ruhig. Und langsam. Die schöne Pizza jetzt in die Schokolade. Ach, kannst du mir nicht. Aber es könnte wie Keks schmecken am Rand, oder? Keks mit Schokolade. Und Anna? Wie schmeckt das nicht mit Keksop? Ich meine es mit Mozilla. Aber normal schon. Nee. Hm, hm. Hm, hm. Es geht mit Schokolade, ne? Mit Schokolade. Hm. Mäh. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal Schoko-Fondue gegessen habt und was euer liebstes Obst, Gemüse ist, dass ihr mit Schoko-Fondue esst. Vielleicht wie bei Hannah, Chips ohne Schoko-Fondue. Nee, das gilt nicht, ne? Nee. Nur mit Schoko-Fondue. Ich mag zum Beispiel die Weintrauben und die Erdbeeren, die sind super lecker. Was machst du? Auf Weintrauben, ne? Weintrauben und die Gurken, okay. So. Und die Erdbeeren. Ja, jetzt kommt was Gesundes. Ich lasse nie wieder Papa was vorbereiten. Das ist Käse. Leute, Käse. Ihr könnt froh sein, dass wir nicht so viele Sachen im Haushalt hatten. Und da ja Mama mit isst und das nicht so viel rein darf, wollte ich Wurst nehmen, aber Wurst war ja auch nicht denn gut. Oh, die Gesichter sind gut. Kinder, wisst ihr, was ich für eine leckerste, die, ich wünschte, ich hätte die gegessen. Die dürfen wir gleich hinterher. Guck mal, du wischst dir mal die Hand ab. Du hast hier irgendwie überall Schoko. Und die Erdbeere wieder zurück. Das sind meine. Letzte Sache. Letzte Sache. Und jetzt kommt was Großes. Oh mein Gott. Hannah. Ich weiß, die mögen sie ohne. Wieso willst du denen? Ohne Schokolade mögen sie die. Nee, nee. Das ist jetzt ja gemein. Ey, mit Schokolade. Der schöne Maiskoll. Oh, 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 oh. Ich wünschte, ich könnte mich in den Maiskoll reinlegen. Ja, aber ohne Schokolade, oder? Ja. Was ist dein Traum dafür? Wir werden uns jetzt hier noch die Sachen, die schmecken, schmecken lassen. Wir möchten noch zwei grüßen. Genau. Dafür hole ich mal mein Handy hervor. So, wir grüßen Anastasia Zander. Könnt ihr mich auch einmal grüßen? Klar können wir das. Liebe Grüße Anastasia. Anastasia. Oh, Anastasia. Ja, ein sehr schöner Name. Und dann haben wir noch. Könnt ihr mich bitte grüßen? Ich habe euch lieb. Ihr seid eine tolle Familie. Fabi Langs. Liebe Grüße Fabi. Fabi Langs. Was mögt ihr am liebsten mit Schokolade? Ich habe meist ein Teddy-Wolf. Wurst mit Schokolade. Mit Nutella, ne? Mhm. Was hättet ihr am liebsten zum Fondue genommen? Das könnt ihr uns ja auch nochmal in die Kommentare schreiben. Ich Wurst mit... Und sonst auch gerne ein Emoji, wenn ihr nicht schreiben könnt. Mhm. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Und jetzt essen wir noch weiter. Und wir lassen uns jetzt noch schmecken. Ich nehme den Erdbeeren. Wer ist neidisch? Wer ist jetzt neidisch auf mich? Ich esse für euch mit. Hi. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr zwei weitere Videos anschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.